Ich heiße Jöran Mus-Meerholz. Mit anderen Menschen zusammen habe ich das OER-Camp 2012 ins Leben gerufen. Seitdem hat es jedes Jahr stattgefunden. Für 2017 haben wir jetzt die Trägerschaft des OER-Camps in einen gemeinnützigen Verein überführt, der heißt ZLL21 e.V. Das OER-Camp ist ein Treffen der Praktika im Feld der freien und offenen Bildungsmaterialien. Es ist nicht auf einen spezifischen Bildungsbereich hin begrenzt. Im Gegenteil, eine Idee ist es, dass sich Menschen über die Bildungsbereiche hinweg austauschen. Das heißt, es kommen relativ viele Menschen aus den Bereichen Schule, Hochschule, Weiterbildung, aber traditionell gibt es auch einen Schwerpunkt auf sowas wie zum Beispiel politische Bildung oder außerschulische Jugendbildung. Alle sind beim OER-Camp willkommen. Das OER-Camp heißt in 2017 eigentlich vier OER-Camps, denn wir werden eine Fassung machen im Norden, eine im Süden, eine im Osten, eine im Westen, so dass man, wenn man ganz stark interessiert ist und ganz viel Austausch sucht, auch zu vier OER-Camps fahren kann. Ansonsten nimmt man einfach das mit dem passenden Termin und dem passenden Ort. Das OER-Camp findet als zweitägige Veranstaltung statt und die Hälfte davon ganz normal in Anführungszeichen mit Workshops, die vorab geplant sind, wo man also weiß, wenn man sich anmeldet, das wird's da geben. Ich kann mich für folgenden Workshop anmelden und folgenden Workshop besuchen. Die andere Hälfte findet als Barcamp statt. Barcamp muss man als Format gar nicht vorher kennen. Es gibt vor Ort eine Einführung. Im Prinzip genommen ist es quasi eine Unkonferenz. Das heißt, das Programm steht genau vorher nicht fest und man macht dann vor Ort einen gemeinsamen Plan. Jeder, der etwas vorstellen will, stellt das vorne vor und sagt, ich möchte zu dem Thema arbeiten, ich möchte zu dem Thema was erzählen, ich möchte zu dem Thema mich austauschen und dann ist nach einer Dreiviertelstunde daraus ein Tagesplan entstanden und dann läuft es einfach wie bei einer ganz normalen Konferenz ab. Man entscheidet sich, man geht zu dem einen Raum oder zu dem anderen Raum oder man bleibt einfach beim Café stehen und macht da eine neue Gesprächsrunde auf. Das heißt, es geht ganz, ganz stark um die Anliegen und die Themen derjenigen Menschen, die da hinkommen. In der Barcamp-Sprache sagt man deswegen, es sind nicht Teilnehmende, sondern Teilgebende. Das OER-Camp ist, denke ich, für OER einfach so passend, weil wir ganz viele Themen noch nicht zu Ende diskutiert haben. Das heißt, in den Workshops kann man ganz gut lernen, was man von anderen tatsächlich schon abschauen kann. Man kann ganz viel einführende Sachen lernen und in den Sessions im Barcamp-Teil kann man die offenen Fragen diskutieren. Man kann sagen, mich beschäftigt folgende Frage und darauf gibt es noch keine fertigen Antworten. Gibt es andere Menschen, die das Ganze auch interessiert und die das mit mir diskutieren wollen, die ihre Erfahrungen und ihre bisherigen Antworten dazu Diskussionen stellen. Und das macht, glaube ich, so ganz stark den Geist vom OER-Camp aus. Es gibt nicht die Leute, die die fertigen Lösungen haben und die dann nur noch in die Breite streuen wollen, sondern es geht ganz viel um Miteinander rausfinden, auch Miteinander machen. Die vier OER-Camps finden zu vier unterschiedlichen Terminen statt. Im Norden in Hamburg und im Westen in Köln und im Süden in München stehen die Termine schon fest. Man findet sie auf www.oercamp.de. Das Ganze wird im Mai und Juni 2017 sein. Für Osten, das wird sehr wahrscheinlich Berlin sein, gibt es noch keinen Termin. Wir rechnen mit Herbst, ist auch nicht so ganz früh im Herbst wahrscheinlich in 2017 damit. Man kann auf der Website jetzt schon sich anmelden, man kann auch eigene Vorschläge schon da einreichen für Workshops und Sessions und dann wird man einfach weiter von uns informiert, welche Schritte man gehen muss, ob man irgendwas an Vorkenntnisse mitbringen muss, in Klammern nein. Und dann kommt man einfach dahin, kriegt als erstes mal einen Kaffee und erklärt, wie das Ganze weiter ablaufen wird und dann wird miteinander diskutiert und gearbeitet.